herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier in 7.0 wie gesprochen wir machen weiter in bibliopatik wir gehen jetzt in der zweiten etage leer leer und schauen wir mal was hier noch schön noch mehr bücher und leer regale um die leer habe ich mir jetzt mal ob er ist hier man über 4 so muss man man war dahinter gewesen war bestimmt gut dann kommt man mal wissen durch hier können wir herstellen papier enttäuscht papier und leeren von handgranate und ein buch kochen und ein buch für später so dass es nebenan interessant aber lieber hier war der jeweilige küche reine noch viel 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 suchen toster kühlschrank ja was das gut krass haben guckt hier oben nicht die tüle brauchen wir keine wirst du nicht gut zu und bist so wenig was soll das hier darstellt ach unser flieger ist da das ist doch auch hier so ein ding abgesperrte räume das ist doch ganz cool der bei endlich umkleide war bücher keine bücher da kommen wir hier gut dann wollen wir die einbringen ja was zu essen grill immerhin messing wäre nicht schlecht denn das koppelstunde braunig wo ding klappen wir nicht mehr drum leben und steile haben wir mehr als genug oder uns wird nicht die beste habe ja keine wachen dafür und das muss nicht zu wenig auch schön ist aber freut mich richtig freude auf auch bock auch immerhin großer karton ja wohin geht hier und tasche daten leiter muss gucken wort lernen kann so was haben wir hier schönes geld schwererstellung das können wir essen die hose so fehler naja wir trinken aber was roten tee haben schon platz gewonnen so mal lieber mal gucken hier so sehe ich hier nix unten sicherlich jetzt haben wir 12 41 wir müssen wissen die uhrzeiten koch behalten auge behalten so bock haben erledigt hier bibliothek leider nicht so naja erfolgt kann man sagen ja doch haben wir schon gehabt so da hätten ihr ding hier ist kalt hier sind viele geschäfte aber noch ein buch ich müsste mal mein werkzeug tauschen und schon mal ein auto zerlegen die brauchen wir weniger haben wir auch nicht eher schaufel so schau mal ob wir noch einen kühler finden wäre ganz gut denn ich brauche noch mindestens so zwei drei Tag 42 wann das ist jetzt morgen oder so weiß ich gar nicht genau genau ich hab schon vergessen ich hab schon vergessen ich hab noch was gelbes auch Bock ne fleischer die Bank war interessant ne aber der war zu groß für uns was hier ah hier ist Peggy Bank oh da ist ein Bär was ist das Zambi Bär ein richtiger Bär ja Bock auf Fleisch da könnte man oben drauf stellen da bringen wir sicherheit ne ne nach oben sicherheit nach oben das ist was war war wie war So, haha. Temos uns ali. Ich weiß nicht, dass es nicht da ist. Mist wie? Mist so? Wo sind wir hin? mein arm rot war der garand zombie doch die kuh kohle war richtig man man auf dich habe ich glaube so ganz kurz tauschen und zwar messer was kann theoretisch weg aber nicht glas kann weg wir brauchen gleich wenn es wenn es ein gutes tier ist also wenn es so wie wir dann wäre das nichts zu essen wer kannst du nur legen wenn er sicher fühlt also was die fingern davon jetzt zu kommen so bank thema bank leute hier gehen wir extra her sind so voll wir fahren jetzt zurück wir haben fleisch wir haben wissen wissen gelernt man sehen vielleicht sehen wir irgendwo noch eine zweite stadt mit aber das ist gut aber sind voll tabletten werden nicht schlecht aber gut das wird ja nicht schlecht normalerweise jetzt mal zum moped und später suchen eine stadt aus von der bibliothek fern vielleicht können wir schon ein bisschen herstellen ich fahr jetzt zurück kann man reinschauen hier ja gut die picke werden nicht so wichtig na gut das können wir lernen hat es irgendwann hier technik prozent wird sein das kann man auch lernen zu einigen so dann das öl mit das andere könnten wir eigentlich auch kräften wir haben alle schon drin also fünf weil ein kühler wäre nicht schlecht also das wäre eine gute ausbeute kühler benzin natürlich auch aber kühler wäre schön der schrott dabei ist auch nicht so schlecht nehmen wir auch mit aber besser wäre natürlich benzin aus dem rucksack von der rest also kühler fehler sei ok motor junge was können wir alles nicht hier lassen den bretter weg na klar kann man mobil reinpacken auch ist natürlich wieder kühler das können wir gar nicht hier lassen da wenn wir leicht bescheuert als panzer nächster eh keiner so gut kühler mobil bist du gefahren vielleicht immer noch irgendwann aber ich richtig ungefähr das passt schon wieder so mehr kräfte sein normalerweise muss man nur erkunden hier gibt so vieles noch zu suchen uns einfach rauszufinden also da noch ein fleischer waren und da auch so ein geschäft geschäfte kann ich nur muss heißen gut ist immer hier mal gucken ganz kurz gebäude ja alles nett nehmen wir alles mit müssen nur genug zeit haben ja und ich kümmern jetzt nicht so muss man kurz eine karte gucken aber nicht hier vorne noch stückchen weiter hier können wir gucken geradeaus und dann links so geradeaus gibt es viele holzfälle dennoch in den bäumen da wir sind ja voll ne also da wird der beziehung können wir jetzt nicht hier umschreißen wir fahren zurück irgendwann noch tag fahren wo haben wir verfahren war doch links mensch junge ja die richtung und dann wir fahren und schön mal ins warme dazu einfach wäre mit wetter wir haben fleisch wir haben ein kühler wir haben viel gelernt mal schauen ob wir munitions herstellen können ich habe so leise ahnung ob das gehen würde fluss paket wenn ich nicht machen können aber ein bisschen zu voll ich könnte zwar ein moped reinpacken wenn wir es auf dem weg liegen würde und nichts tun also ansonsten geht es direkt zurück wir können ein bisschen bauen oder muss noch ein bisschen bauen kann euch anfangs mitnehmen und später mal rein weiter so auch ein wildschwein heute essen wir bär heute ist bär auch im speiseprogramm braten eier hätten wir auch noch gerne gehabt aber gut die nester sind hier nicht so reichlich so Benzinkühle haben wir gesagt nehmen wir zum fluss jetzt ich daran fangen können so guck mal weil autos kriegen wir in der regel immer noch rein das brauche ich nicht unbedingt immer so elektrisch als zeige ich da das kann ich wegnehmen und das kann ich behalten man durch strom machen also das ist noch eine stern also müsste ich noch lernen wäre aber nicht schlecht haben wir hier zur blutnotnacht schön licht über haben dann können wir auch kühler dazu wir haben schon 100 schuss zusammen dann 120 haben wir da dann müssten wir gut auskommen das sieht gut aus das sieht sehr gut aus ich weiß ja noch ein rucksack aber gut ich bin eh meistens zu voll Rohr müsste gehen Klebeband was kann ich entbehren was könnte ich entbehren was wäre nicht so wichtig gut die können wir wegnehmen Klebeband ist ein bisschen müssen wir herstellen sagen wir mal so und das ist dann was ich ganz gerne dann oh Messing äh dann habe ne so Opa du bist du ach den drauf gut jetzt geht's nach hause kühler haben wir jetzt wir sind gerüstet hauptsache die heute haben wir auch egal dann müsste noch Dings bauen ne war so eine Fallen aufstellen wenn heute noch das wäre ne also jetzt 18 Uhr rot wird und sagt blutmond dann habe ich äh äh kleines problem aber so weil ich ja prinzip äh hinten noch nicht alles fertig habe und wenn wir nicht fertig kriegen wir zumindest die Fallen aufstellen ne an der Wand vier Stück 2 2 rein damit die sich nicht gleich in die Wand einfressen können ne bei den keller also den den graben kriegen wir nicht fertig so schnell dazu das ist wenn nur leben wäre und weg schaufeln und beton machen das kein thema aber das da wo beton fertig ist wird's wird's nix ne 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 wenn wir eigentlich Munition haben dann können wir uns auch gut verteidigen ne also steht da von starre Munition ne also nicht die einfache jetzt mit Bronze Bülsen anfertigen und so das ist kein Thema aber wird ja nicht reichen auf Dauer irgendwann haben wir auch keine Autos mehr ne und keine Klimaanlagen das ist das Problem wir werden am nächsten Mal schauen ob wir den Ort finden mit Mikothek oder Bücherladen und da können wir sicherlich einiges anwissen erlernen so und bald da verziehen alle gehen ne nur nachteil gehen 1000 Liter rein aber gut haben wir ja mit also ich habe einen Notfall im Kofferraum hier kann es damit mit knapp 1000 Liter 1% 1% mit vollem Gepäck zu laufen wäre nicht klug und bleibt aus so 1000 Liter Rimmel ja ja aber deswegen habe ich auch tausend im Gepäck drin also tausend noch im Kofferraum falls ich mal leer losfahren sollte dass ich das wirklich nicht vergessen sollte wäre nicht äußerst blöd mit vollem Gepäck dahin zu laufen und brauchst du Ewigkeiten für ne müsste man eine Kiste bauen dann müsste man sich erstmal ausladen und dann wieder zurückladen wieder ausladen und wieder einladen muss ja nicht sein so denn hier ist so alles recht gut so weit das ist ja wohl doof das ist ja wohl doof das heißt nicht Gutes und mein Motenbrenner das war schon die Geschreierin die blöde Ziege gut kann ich mal aufnehmen so fett ist voll ja ja gehen wir nach oben auspacken und dann vom Balkon aus dann kann man es auch nichts herum gut erledigen leider konnte ich die Dinger nicht aufnehmen war ich zu so das Fleisch wir müssen gleich Richtung äh Vorwärtskiste rein unsere Menge 60 gut Wasser haben wir keins geholt aber dafür haben wir Wasser gefunden auch gut Fett können wir auch einnehmen Knochen nicht Knochen nicht da auch Fleisch Kühler mit drei Stücker das gut ansonsten Tabletten am Mann behalten Maschinengewerke guten Tee gut einschmelzen hier haben wir auch Eisenrinne und Holz haben wir keinen ein ansonsten Öl das ist nicht voll Öl haben wir auch Dose Dose Ah gut hier die Zeugen Mission ja unsere zange die doppel brei batterie zerlegen einfach so nur 1er batterie ist damit reisenpanzer rein ja jetzt decken schon der weg machen wollte hier ein fußpanzer da oben da waren wir gerade hin hier haben wir ein Rest vom Auto oder zumindest ein Teil Motor dann haben wir Öl sicherlich irgendwo haben wir sicherlich irgendwo Federn müsste hier auch sein Papier doch schätzen das haben wir auch da bleiben wir einschmelzen einschmelzen das haben wir anders bastel kiste bastel bastel irgendwo ach da noch einschmelzen das kommt dann woanders hin das geld geht auch woanders hin und ich wollte was gucken wie ich schießt oder wie ich schießen herstellen und zwar wir können die herstellen haha ne hülsen 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 kann man nicht so da auch noch nicht hm zu früh gefreut die können wir tausender machen aber ist oder pistole das wir nix etwas ne mad m aha wahnsinn wie kann ich auch noch dieser papier das ist klar haben wir haben wir schon arbeiten durch er wird ein holz rein machen dann geht das paketen würde das auch schon weg ohne zum mond fliegen oder was ok 20 schuss hier haben hier schönes led garantiert nicht aber okay das letzte schon blei gut haben wir die stein 14.000 ok hier haben wir geld aber ich weiß ich habe noch mal was hat man nicht wo so jetzt haben wir hier auch kohle leder knochen immer gut werkzeuge und ganz gut kann ist er später zu arbeiten normalerweise das bleibt von der hose von der batterie passt ja der toolkit immerhin 20 macht 70 und dann haben wir noch 150 100 kühler das soll es heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen wir ein bisschen gucken wir haben nicht viel aber wir sind künst kram schon ansonsten dann sollte man schön so schau danke schon schön und